Mit mittelschwerem Seufzen stellt sich Leandro seiner Pflicht. Du bist wieder in Gedanken. Nee, alles gut. Kannst du dich dazu legen? Ja. Das war gerade eben übrigens ein Gespräch, glaube ich, für die Gruppendynamik. Nur damit du Bescheid weißt. Die hat, glaube ich, auch gar kein Interesse an mir. Falls dich das beschäftigt. Soll ich Monolog fehlen, oder? Mhm. Okay, ich rede einfach mit mir selbst. Wie geht's dir sonst, Leandro? Du meint ganz gut. Frau kennengelernt. Echt? Läuft gut, oder wie? Ja. Verstehen uns immer besser. Anziehung ist da. Freut mich. Das ist ein guter Beruf. Jetzt sieht ja kein Mensch was. Ich hab mich voll vermissen, Mann. Wir hatten nur 10 Minuten so lang. Du hast nicht einfach nichts liegen gelassen. Das war ein Schwachsinn. Nein. Wir haben uns selber nicht richtig kennengelernt. Ich find schon. Ja, klar, da geht noch viel mehr. Aber ich find, wir machen's ganz gut. Daumen hoch, aktiviert die Glocke, abonniert unseren Kanal und verpasst kein Video mehr. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.